Top 10 der problematischsten Hunderassen Teil 7 Afghanische Windhunde sind eine schöne Rasse, aber sie sind anfällig für mehrere Gesundheitsprobleme, die Aufmerksamkeit erfordern. Dazu gehören Hüftesplasie, Katarakte, Allergien und Aufgasungen. Regelmäßige Tierarztuntersuchungen, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung können dazu beitragen, diese Probleme zu verhindern oder zu bewältigen. Wenn Sie Symptome oder Verhaltensänderungen bei Ihrem Hund bemerken, ist es wichtig, sofort Ihren Tierarzt für eine Diagnose und Behandlungsplan zu kontaktieren.